Ich werde heute viel hochzuladen haben, fürchte ich. Sehr viel. Okay. Was es mit Ragnarok genau auf sich hat, werden wir noch bald erklärt bekommen. Viel früher als mir eigentlich lieb ist. Naja. Whatever. We're due next, little lady. I'll let you decide. Just keep on smiling. I know. A Nautilus Barkley. With sacks. Yeah, but should we really be playing around? Get about that heavy stuff for a while. Okay? Maybe this will just fade away. Okay. Great. Let's roll. Immer schön positiv denken. Das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Ich sag, es war so ein Glas. Ja, Realisten werden immer verkannt. Es leckt. Es leckt. Das letzte Mal, als ich... Das letzte Mal, als ich in Nautilus war, hat's auch gelegt. Das ist furchtbar. So, die Geschichte von Cocoon, die Pampa Sancta, ist eine prächtige Parade, die jeden Abend in der Vergnügungs-Nautilus veranstaltet wird. Okay, das war's. Okay, das war's schon. Alles klar. Hier stinkt alles nach Item. Das richtet mich auf. Sprites, Sprites, Sprites. Es leckt ohne Ende. Marathon. Wo bitte muss ich überhaupt ziehen. Achso, okay. Es leckt. Cutscene. ...at least tell them about it. You get the chance. Maybe. I do know where they're keeping you. Can I come with you? Sure. More the merrier. What about you? You got someone special out there? Special? No. Really? Now that is kind of sad. Yeah. Hey, I'm kidding. I didn't mean to upset you. Well, I'm just fine. Thank you. I wanted to tell him everything. But I couldn't. Not until the time is right. Yeah. Okay. Okay. Ihr und eure neuen Daten. Awai, langsam aber. Ich will jetzt endlich irgendein Fick-Item. But there's nothing. Ich warte, ich hab's schon längst übersehen. Leck! Oder vielleicht ist das Spiel einfach nur zu langsam, die Items zu spawnen. Das kann auch sein. Bist du ein Item? Nein, du bist irgendein Fick. Hi. Geh weg. Ach. Gott, na. Komm. Hier. Save. Save my life. 16 Stunden. Es gibt's nicht. Na, aber ich sag euch, das wird noch länger. Da sollen wir nicht rein. Da sollen wir nicht rein. Wir sollen da rein. Einsteigen. Ja. Wir testen doch mal Retro-Lüfte. Wir testen doch mal Retro-Lüfte. Schokobo, 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 Schokobo. Gutschnehu. Cutscene. Wir testen doch mal, schokobo! Eins creat cool. Hahahaha. Sonsten. Musik. Gubel ver unterwegs." Geschwobo, Schokobo, Schokobo. Musik. Sonsten. Es war sehr, was so frustrating. kriege ich jetzt vielleicht bald mal also hier sieht so eklig aus hier muss einfach irgendwo ein Item sein ich gehe jetzt jeden dieser Gänge ab auch wenn es lag wie sonst was also mal kurz eine Übersicht das ging ja schnell meins das bist du dafür hat es sich schon mal gelohnt so nächstes Chocobo, geh weg du stehst im Weg, da ist eh nix Nasna oh krass, Sprite Sprite Viecher ja, ich träume von Items ich hallo, leck nicht so verdammt nochmal so, das ist das letzte alles klar however Riesenvogel Truton Truton Katzen da war mal in den Vogel reingerannt ich werde jetzt den Part dann beenden und den ist gut für heute ja, jetzt dürfen wir Chocobo suchen ja, jetzt dürfen wir Chocobo suchen suche und finde das Chocobo Küken, das irgendwo hier in der Gegend herumtollt Gersner los geht's ja, aber da ist ein Safe Point den werde ich jetzt benutzen weil es laggt das geht mir auf die Eier Gott, ey sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht durch weil hier überall Kackviecher sind ihr habt doch einen Arsch offen ich würde jetzt gerne speichern ich möchte den Part beenden die Session ist vorbei für heute ich möchte gerne speichern der Speicherpunkt ist hinter diesen Kackviechern ich komme da hin die Sprites werden mich da hinlassen müssen es ist nicht wahr da bleibt ganz ruhig das ist alles in Ordnung nein, da war was Moment Moment Sprites mir wird gleich schlecht da, ihr habt dich gefunden fliegt bitte zum Speicherplatz Arschloch meinetwegen da fange ich einen neuen Part an schweig ich bin ich bin